einmal das sein den ofen ja gut perfekt allerdings wir müssen noch ein bisschen zucker an pflanzen mal aber auch gefahren und so schon ich weiß was ist das was sie mit dem leder am machen ich habe gesehen dass das lehrer genommen ich habe mich ja egal also das restliche lehrer kannst du benutzen für die bücherigen also für den verzauberung tisch also du brauchst für dekoration ja nur ein bisschen ja ich war gerade überhaupt und den verzauberungs tisch ich endlich mal die pferde ab ach ja auch noch ein buch dafür haben wir noch ein buch boah scheiß türe ob sie sagen kann erst mal wieder weg wieso weiß ich wie ich ein buch mit fehler mache aber auch nicht wie ich ein buch mache boah ist dafür papier ja hier äh da sterbenverboten sterbenverboten sagst du ja ich entscheide mich der freiwillig dazu okay dann stirb da war noch welche äh woche holz sonst komm ich mit nichts weiter ach ja ich lieb's was denn diese mod achso oh mein gott feld vom bürg ist glaube ich mit abgegangen dabei oder war nur so aus wieso ist hier ein baum ohne blätter das habe ich doch vorhin gesagt es war doch das mit dem dings also das was du ausprobiert hast ist ja kannst du abform ja habe ich auch gemacht besser ist es so die macht man ähm na das habe ich noch mal für den typen gemacht einfach machen mit einem zwei bäume weg gemacht beschweren würde ich mich darüber jetzt nicht na ich habe verkackt einfach einfach dann das ist weggelegt laterne laterne sonne mund und stern und gett mein bruder ist das ist das lied ein ich meine gestern doch so auch gestern und ich also ich muss sagen ich bin das schlafzimmer sehr knorke mag das wort knorke irgendwie gerade ok ist ein bisschen eng aber so gemütlich ist es auf jeden fall aber reicht für uns wirklich ja und das fenster ist ein bisschen doof aber egal wenn ich mir tausend von einfach kein volles momentar haben wieso hat das jetzt nicht geklappt auch wahrscheinlich wegen ah ok jetzt hat es geklappt jetzt hat es geklappt geh weg scharf 20 uhr ich habe gehört dass der seelkoff hat ein neues video hochgeladen nur die frage ist halt wen juckt's naja warte ich habe gerade eine benachstigung auf meine uhr bekommen wieso auch die filme damals nochmal 20 uhr 15 ja 20 uhr 15 das kennen die heute generation gar nicht glaube ich äh kann sein wieso will ich nicht abfahren da ist ein bienes dran wieso immer noch der enderman rumloll komm her ich pump sich jetzt hast du die wasser einmal bei dir das halber sind unten in der kiste ok ist der weg muss ich ach ne doch mal komm her und ich krieg nein ich sterbe durch den enderman ich sterbe ich sterbe durch ihn ich sterbe durch ihn ich gehe jetzt ins wasser kann mir gar nichts kann mir gar nichts ja der warte aber auch echt ekelhafte geräusche bitteschön das haupte also da und war näher war zu schuld danke das hat die ganze jetzt durch den gestorben der abzug peinlich geworden es schau dir mal schafft sie man ja warte ich komme und in der road ok da oben noch willst du einen kleinen fest sein ja alles gründlich es ist sehr gemütlicher schlafen hier ja ne muss ja auch nicht so groß sein ey der brauchstand ist auch richtig kreativ gemacht auf dieser traptor hier danke ups da war schon kohle drin und morgen kann ich dann hoffentlich auch wieder durchstarten und richtig und mal wieder richtig was aufnehmen hoffe ich ja hoffen wir mal schauen wir mal was wird ich hab jetzt nicht da entwegen gelacht ja 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 mädchen wir hier mädchen sollen wir das offen lassen oder soll ich hier so ne ich mach hier so ein warte so vielleicht ja das sieht eigentlich ganz gut aus für das tatsächlich zu lassen äh kann ich aktuell nicht gebrauchen ich lege mal ein paar Sticks Holz ab hab ich eh mal ein bisschen Holz gemacht ich hab nämlich als Plan den Raum den ich da unten gebaut habe komplett mit Bücherregalen auszufüllen ich habe nämlich als Plan den Raum den ich da unten gebaut habe komplett mit Bücherregalen auszufüllen okay weiter war eine gewisse Menge bringt das zwar nichts mehr aber egal ich mach es trotzdem das hat die einfach rausgebrochen das Schaf nur warte aber geschlachtet richtig dann richtig ein Schwein darf nämlich überleben nein oder du bist schon wieder schlafen seit was für Schwein ich hab Schaf gesagt äh oder Schaf ist ja alles dasselbe im Endeffekt wird alles geschlachtet doch ich finde ich bin zufrieden mit der Einrichtung ich hab gehört äh äh wie ist die Meisterstoffe machen wir in der Harkowelt können wir machen ja ja ich sag dir nur das wird kein langes Projekt werden da müssen wir einfach ein anderes spielen müssen wir wirklich auf Twilight gehen ja aber wenn man eh weiß man könnte die Welt jederzeit verlieren wir waren denke ich war eh schon anders naja eben so Haus ist fertig nice aber die nehmen könnten eigentlich zumindest erstmal also wir haben hier noch ein bisschen Platz aber ja da würde ich wahrscheinlich irgendwo nach und nach füllen da rein das kann da rein das kann da rein das kann da rein das kann da rein grün zeug äh da und da weg ich hab auch noch viel Bücher weil solche brauchst noch ja das brauche ich ich schaffte mal die kür mach das das ding ich mir mag jetzt tatsächlich gerade nicht an den sondern eher ein Papier und ja ich hab's dir gesagt wir haben es verkackt da ein bisschen mit dem Zucker du hast schon vorher müssen mehr machen müssen also wir abfahren müssen also du hast auch Bücher hast die hier hast du da hängen ich weiß dass ich unten noch ein paar Bücher abgelegt habe weck mir die Viecher hier aus mir die Viecher die sind ja nicht erwünscht noch mal drei Regale wie viel brauchst du denn noch einige die vielleicht wird den ganzen Raum voll machen ich hab mir den Raum nicht angeschaut deswegen also ich brauche 1 2 3 mach ich bisher hey das mache ich nicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ich brauche wenn ich richtig gezählt habe noch genau 60 Bücherregale also ich glaube ich habe jetzt ich habe jetzt nochmal 19 ich habe hier eingepackt ja ich hab nochmal so mit ich werde ich verzaubern auf 20 ok behutsamkeit könnte ich drauf machen